Herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Grow Home von Zocker Mania. Wir sind beim letzten Mal gestorben, weil wir ins Meer gefallen sind. Und ich hole mir jetzt hier noch... Ich will nicht schon wieder ins Meer fallen. But, mach nicht solche Sachen mit mir. Ich hab dich ja lieb. Ich will doch nicht, dass du jedes Mal den Freitod stirbst. So. So, ich will eigentlich hier eine neue Pflanze bitte einmal. Ja, so mag ich das. Okay. Jetzt gucken wir mal kurz darüber. Weil wir müssen wieder über das Meer... But, was machst du? Hör auf! Press X to grow. Der kann ja scheinbar nochmal wachsen. Das probieren wir jetzt nochmal, weil das kann ja nicht sein. Ne, der geht nicht. Also ich drücke jetzt gerade X, das funktioniert nicht. So. So. But, wo läufst du hin? Wir müssen jetzt mal kurz eine Aussichtsplattform suchen. Da ist eine Aussichtsplattform. So. Bleib stehen. Lass mich gucken. Genau. Da ist nämlich jetzt hier... Zwei Ableger. Aha. Also man kann hier scheinbar zwischen Blatt und Blatt rumhüpfen. Das ist ja wie so ein Sprungbrett. Da ist ein neuer Felsen. Hier ist eine Pflanze. Da sind rote Blüten. What? Was machst denn du? Na toll. Bleibst du da? So. Geh da hin. So. Und X. Wo auch immer du uns jetzt hinführst. Oh Gott. So. Wurden wir zerquetscht? Nein, wir wurden nicht zerquetscht. So. Wo sind wir jetzt? So. Da ist ein Aussichtsblatt. Ab auf das Blatt. So. Kabups. Und schön stehen bleiben, warte. Schön stehen bleiben. Genau. So mag ich das. So. Wo ist die nächste rote? Äh. Da ist was. Aber das scheint schon... Ist das schon? Da oben ist was. Da ist noch eine. Okay. So. Da gehen wir auch mal gleich hin. So. Wo bringst du uns jetzt hin? Gucken wir mal. Toll. Die bringt uns wieder nach unten. Okay. Wir schauen das Ganze nochmal. Das Ganze kurz druckt von unten an. Also ich nehme an, dass wir jetzt im Endeffekt gerade das Wurzelwerk schaffen, weil die muss ja irgendwie halten. Das würde ja ein riesen Viech. Ähm. Also ich kann schon verstehen, dass wir da jetzt die ganzen Dinge machen müssen. Aber ich sehe... Also hier sieht man jetzt nichts. Da hoch müssen wir übrigens irgendwie da zu den nächsten. Da ist schon mal zum Beispiel der nächste Punkt. Ähm. Was ist denn hier? Ah. Schaut mal. Gehen wir doch mal zu dem. So. Und X. Weil der ist noch nicht gemacht worden. Okay. Der ist jetzt... Jetzt ist er gemacht worden. So. Da drüben haben wir doch auch noch einen. Den machen wir auch gleich. Wo bringst du uns hin? Der ist wahrscheinlich jetzt hier in den Platz. Genau. Schaffst du es, Bad? Ja. Natürlich schaffst du es. Okay. So. Wir stehen. Okay. Bad geht noch ein bisschen. Jetzt müssten wir hier aber alle Dinge bekommen haben. Das heißt, wir müssen jetzt wieder rauf. Wir gehen erstmal hier nicht unbedingt ins Meer. Wo auch immer... Wo auch immer wir jetzt gerade sind... Ha. Wir sind... Wir sind im Sand. Das passt. So. Und jetzt wieder ab nach oben. Oder haben wir hier noch irgendwo was? Da haben wir noch was. Da oben haben wir noch was. Aber... Na ja, da gehen wir von hier aus. Weil sonst verlieren wir wieder den Überblick. Das ist eh ganz gut, weil wir brauchen eh eine neue Blume. Und da oben sind ja Blumen. So. So. Komm. Auf geht's. So. Einmal Blume, bitte. So. Okay. So. Jetzt schauen wir mal. Da ist eine. Da. Und da rechts ist eine. Wir nehmen mal die in Angriff. Ab nach oben. Bad. Bitte nach oben. Achso. Vielleicht muss ich nach oben gucken. Das ist in dem Fall eh ganz gut, weil... Sag einmal. Nach oben wollen wir gucken. Damit wir ungefähr wissen, wo wir hin müssen, ne? Schauen wir mal. Da wollen wir hin. So. Also komischerweise ist es mittlerweile sehr viel einfacher zu hängen, als irgendwie zu laufen. Wachsen. Und jetzt bitte einmal wachsen. So. Wo gehen wir hin? Wieder nach unten. Nein. Aber da kommt eine neue Blüte. Und zu der gehen wir als nächstes. Zu der gehen wir als nächstes, weil die haben wir ja gleich hier in der Nähe. So. Und X. Und weiter geht's. Da ist auch wieder eine. Zu der gehen wir auch wieder. Zu der hier. Wo war die jetzt? Das sieht man jetzt nicht. Hier war doch gerade noch eine. Ich hab doch gerade eine gesehen. Der Witz, ich versuch grad... Äh... Ist... Ich versuch grad... Da unten ist sie. So. Und gleich wieder. Ah, jetzt geht's mal nach oben. Da ist auch wieder eine. Oh, was macht die schon wieder mit uns? Das ist schon wieder so ein ur... Großer Weg. Also, urgroßer Weg ist es ja nicht. Aber... Das war mal wieder... Wo sind wir? Der ist voll in die Höhe. Oh Gott. So. Du play nice down there. Okay. Was auch immer. Ähm. So, da ist... Da unten ist eine. So. Und schön weiter. So mag ich das. Wenn's mal klappt. Wenn man sich fallen lässt. So. Wo fahren wir jetzt hin? Ah, wir fahren wieder einfach nur in die Höhe. Das ist nicht schön. Das Problem ist auch noch... Nein. Oh Gott sei Dank. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Glück gehabt. Wir sind zwar wieder komplett runtergefallen, wenn ich mich nicht täusche. Hoffentlich haben wir hier eine Blume. Ich hab nämlich keine Blume mehr. Nein, wir haben hier keine Blume. Äh, Bart. Mach hier mal kein Spiränzchen. Da haben wir eine Blume. Da ist eine Blume. Da ist eine Blume. Hier geblieben. Bart, was machst denn du? Lauf doch nicht immer hier irgendwo hin. Also, Bart zu steuern ist wirklich nicht einfach. Wie so ein Teenager. Achso, zack. So. Gut. Jetzt gucken wir mal nach oben, weil... So. Wir wollen da hin. Ja. Weil da oben sind jetzt ziemlich viele Blüten gekommen. So. Jetzt schauen wir mal. Ob wir von hier was sehen. Also, wir müssen hier... Sag mal, was ist denn das jetzt? Geh doch einfach mal da raus, anstatt dich jedes Mal reinziehen zu lassen. So. Wir gucken jetzt erst mal hier. Dass wir wieder eine gute Aussicht finden. So. Bart, was machst du? Ja, genau. Fall erst mal wieder hin. Verdammt. So. Lass uns mal gucken. Düp-düp-düp-dü. Was haben wir hier denn? Hier waren wir schon überall. Wir gehen jetzt mal da hin. Ah, verdammt. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Schauen wir mal hier auf das Blatt. Okay. Okay. So. So. Also es ist nicht so einfach, hier den richtigen Weg zu nehmen. Jetzt würde ich hier nur schnell gerne mal, so, eine neue Blume holen. So, jetzt gucken wir mal, weil hier müsste er jetzt irgendwo, das ist echt nicht so einfach. So, da ist ein kleiner Grafik-Bug. Ich habe keine Ahnung, keine Ahnung. Wo ich hin muss? Das ist ein bisschen kacke. Das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen kacke. So, wir holen hier gleich wieder mal eine Blume. Weil ich dachte, dass hier jetzt irgendwo die Dinger rauskommen. Da müssen wir doch hin, oder? Nee, da müssen wir nicht hin. Wo müssen wir hin? Wo hat uns diese blöde Pflanze hingebracht? So, jetzt schauen wir mal hier. Beziehungsweise gucken wir mal von hier aus. Aber das siehst du auch nicht. Oh, verdammt. So. Ich sehe gerade, unsere Zeit ist wieder aus. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen klettern und dann irgendwann in der nächsten Folge einsteigen. Lasst mir Kommentare da, Abos und Likes. Schaut auch in unsere anderen Projekte. Wir haben ziemlich viel coole Sachen am Start. Schaut auch in unser Gewinnspiel. Diese Woche gibt es ein Dragon Age Bundle zu gewinnen. Ziemlich fett, ziemlich geil. Wenn ich mitmachen könnte, würde ich es tun. Deswegen freut auf mehr und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.